Unsere Augen sehen das, was wir sehen wollen. Nicht alles, was sich unter dem Blau eines Flusses verbirgt oder die Luft in den Baumwipfeln atmet oder durch das Licht huscht, ist für unsere Augen sichtbar. Point Pleasant in West Virginia. Wie alle Kleinstädte im Herzen Amerikas verdankt sie ihrer Existenz Gründervätern, die dafür, so beschreibt man es hier gerne, harte Arbeit, Hingabe, Schweiß und Tränen investiert haben. Hier kennt jeder jeden. Hier schätzt man Freundschaften noch. Hier unterhält man sich noch ganz altmodisch, lieber bei einer heißen Tasse Kaffee als am Telefon oder per Computer. Und hier kann es oft schwierig sein, die Vergangenheit zu vergessen. Sie hängen in den Wänden der Häuser die unglaublichen Geschichten, die sich hier zugetragen haben, in den Straßen der kleinen Stadt am Fluss. Eine Geschichte, die nicht in einem Satz erzählt werden kann. Diese unglaubliche und zugleich tragische Geschichte ist eine Verkettung von schier unerklärlichen Ereignissen, die alle innerhalb eines Jahres geschehen. Um das, was hier zwischen 1966 und 1967 passiert ist, authentisch nachzuzeichnen, kommen jene zu Wort, die alles miterlebt und mit eigenen Augen gesehen haben. Es hatte riesige rote Augen. Hell leuchtend. Hypnotisierend. Glühend rot. Das war eine Art Vogelmensch. Riesige Spannweite, vielleicht drei, vier Meter. Es breitete seine Flügel aus. Flügel wie die eines Engels. Oder des Teufels. 46 Tote. 46 Menschen sind gestorben. Er hatte diesen leeren Blick. Es war eine Tragödie. Alle waren völlig fertig. Einige glauben, dass es ein Fluch von Häuptling Cornstalk war. Ich sah ein untertassenförmiges Objekt über dem Fluss. Seltsame Lichter sollen am Himmel gewesen sein. Es stieg von 0 auf 50 Berichte pro Nacht. Viele sagten, sie hätten helle Lichter gesehen. Es gab Geschichten von UFOs oder geflügelten Dämonen. Sie sahen Lichter. Männer in Schwarz. Mothman. 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 Am Ufer des Ohio liegt die ländliche Kleinstadt Point Pleasant. Im Laufe ihrer Geschichte hat sie viel erlebt. Tobende Brände, todbringende Überschwemmungen und tragische Unfälle. Normalerweise fallen solche Ereignisse unter die Rubrik Pech oder Schicksal. Doch die Einwohner dieser malerischen Stadt vermuten etwas Unheimliches. 10. Oktober 1774. Genau an diesem Ort stehen sich in einer erbitterten Schlacht Militionäre von Virginia und eine gemeinsame Kampftruppe verbündeter Indianerstämme gegenüber. Ihr Anführer ist Häuptling Cornstalk, ein berühmter Shawnee-Krieger. Er führt über 500 Männer an. Historiker werden diese Schlacht später als erste bewaffnete Auseinandersetzung der amerikanischen Revolution einordnen. Die Indianer kämpfen nämlich Seite an Seite mit Truppen der damaligen britischen Kolonialmacht gegen die Armee aus Virginia, die von General Andrew Lewis befehligt wird. Hier an diesem Ort treffen die Streitkräfte aufeinander in einer heftigen, brutalen Schlacht. Als sich der letzte Rauch über dem Schlachtfeld verzogen hat, sind 141 von General Lewis' Männern verwundet und 81 tot. Diese Schlacht begann direkt bei Sonnenaufgang. Durch den Morgendunst blieb der Rauch ganz dicht am Boden. Eine sehr schlechte Voraussetzung für eine Schlacht. Sie kämpft mit Knüppeln, Messern, Pfeil und Bogen und Speeren. Und überall hing dichter Rauch vom Schwarzpulver der Feuerwaffen. Die Armee aus Virginia war in britischer Schlachtordnung angetreten. Eigentlich waren das nur Zivilisten, die Lewis in Militäruniformen gesteckt hatte. Cornstalk und sein Sohn Redhawk wollten die Auseinandersetzungen beenden. Sie machten sich mit einer weißen Fahne auf zum Fort Randolph, um eine Waffenruhe zu vereinbaren. Doch bei ihrer Ankunft wurden sie gefangen genommen. Cornstalks zweiter Sohn Epsilana war ihnen gefolgt. Als er eintrifft, wird auch er sofort eingesperrt. Die Indianer rechneten damit, getötet zu werden. Es herrschte große Aufregung im Fohr und Cornstalk ahnte, dass ihn die aufgebrachten Soldaten töten wollten. Die Soldaten erfuhren, dass Cornstalk und sein Sohn im Gefängnis saßen und brachen es auf. Redhawk versuchte noch, sich im Kamin zu verstecken, aber sie haben ihn erwischt. Alle drei wurden getötet. Cornstalk wurde auf der Stelle erschossen. Seinem Sohn schlugen sie mit einem Hammer den Schädel ein. So ist der große Cornstalk ums Leben gekommen. Er ging dorthin für sein Volk und er starb für sein Volk. Doch angeblich ist die Geschichte damit nicht zu Ende. Eine Legende rankt sich um Cornstalks Tod bis heute. Demnach soll der Indianerkrieger im Sterben jenen Landstrich, auf dem er betrogen und ermordet wurde, für die nächsten 200 Jahre mit einem fürchterlichen Fluch belegt haben. Heute ist dort die Stadt Point Pleasant. Cornstalks Tod warf einen so dunklen Schatten auf die damalige Gesellschaft dieser ganzen Region. Und so brachten die Menschen von Anfang an jedes Unglück mit diesem Fluch in Verbindung. Für Indianer ist die Gemeinschaft das Wichtigste. Der Stamm steht über allem. Wer den Shawnee Unrecht angetan hat, muss dafür büßen, sobald er ihr Land betritt. In den folgenden Jahren gab es ungewöhnlich viele Unglücksfälle und tragische Geschehnisse in der Gegend. Viele Menschen glaubten, der Fluch sei dafür verantwortlich. Jedes Mal, wenn etwas Schlimmes passiert ist, hat man gesagt, das ist Cornstalks Fluch. Und der besteht weiter und weiter fort. Als die Brücke einstürzte, war natürlich der Fluch dran schuld. Viele sagten, Blödsinn. Doch passierte erneut ein Unglück, keimte sofort wieder die Legende auf. Eine Reihe seltsamer Ereignisse bestärkte die Menschen mehr und mehr darin, dass die Geschichte von Cornstalks Fluch mehr sein könnte als nur ein Mythos. Während des Zweiten Weltkriegs wurde in der Umgebung von Point Pleasant Sprengstoff hergestellt und gelagert. Zwischen 1942 und 1945 gehörte dem amerikanischen Militär direkt an der Bundesstraße von Point Pleasant ein sehr großes Stück Land. Die Einwohner verpassten der Region deshalb den Spitznamen TNT-Gebiet. Die Fabrik wurde gebaut, um im Zweiten Weltkrieg TNT herzustellen. Von hier aus wurde der Sprengstoff weitertransportiert zu den Artillerien. Innerhalb von fünf Jahren wurde die Fabrik gebaut, betrieben und wieder eingerissen. Es war eine geheime Anlage, eine eigene kleine Gemeinde. Es war eine große Sache. Das TNT-Gebiet hatte immer etwas Geheimnisvolles, weil es eben top secret war. Wir wissen nur, dass dort während des Zweiten Weltkriegs Munition hergestellt wurde. Es gab Gerüchte über Unfälle. Es hieß, dass dort Sprengstoff-Experimente mit neuen Chemikalien durchgeführt wurden. In den 60er Jahren hat man die Kraftwerksanlagen schließlich komplett heruntergefahren und dieses Gelände wurde zum Treffpunkt für verliebte Teenager. Und junge Möchtegern-Rennfahrer nutzten es als illegale Rennstrecke. Die leere Fabrik war ein Treffpunkt für alle, die private Dragster-Rennen fahren wollten. Sie lag abgelegen und war deshalb ein beliebter Ort vor allem für Jugendliche, um Party zu machen. Das war der ideale Platz, um alleine zu sein oder heimlich Alkohol zu trinken. Viele kamen auch zum Fischen her. Es gibt viele Seen und Teiche dort. In den 80ern und 90ern machte man dann eine alarmierende Entdeckung. Giftmüll und chemische Flüssigkeiten sickerten durch den Boden in das Grundwasser. Quelle der Vergiftung, alte Lagerstätten auf dem Gelände, in denen die gefährlichen Materialien früher untergebracht waren. Erst in den 80ern bemerkte man, dass etwas mit dem Gebiet in McClintic nicht stimmte. Plötzlich entdeckte man die Verunreinigungen, die vom Ufer aus in die Bäche tropften. Das Zeug war hochkonzentriert, fast in Reinform. Dann hat man Giftmüllcontainer gefunden, die überall vergraben waren. Eine rote Substanz, die aussah wie aufgelöstes Brausepulver. Als man das entdeckte, kam das Gelände sofort auf die Gefahrenliste der Bundesumweltbehörde. Niemand wollte mehr Fische aus diesen Teichen essen. Es gab Geschichten von Anglern, die mutierte Fische gefangen hatten. Die Bundesumweltbehörde bemühte sich, das Gebiet zu säubern, aber Details darüber sind bis heute nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Uns sind nur einige der giftigen Wirkungen bekannt und wir wissen noch nicht einmal ansatzweise, was noch alles passieren kann oder welche Chemikalien überhaupt gefunden wurden. Diese Ungewissheit macht vielen Angst. Ich habe 33 Jahre lang in der Chemieindustrie gearbeitet. Ich bin weder Wissenschaftler noch Biologe, aber ich behaupte, dass das TNT immer noch im Boden ist und man es nie ganz herausbekommt. Das Gebiet wird immer verseicht bleiben. Als man die Kontaminierung bemerkte, hatte das sogenannte TNT-Gebiet allerdings längst aus einem ganz anderen Grund einen düsteren Ruf. Der Grund war ein Ereignis, das die Kleinstadt für immer verändern sollte und viele Einwohner mit Angst erfüllt. 12. November 1966. In der Kleinstadt Clan Danon, 140 Kilometer von Point Pleasant entfernt, sehen fünf Männer beim Ausheben eines Grabes eine höchst ungewöhnliche Erscheinung. Zuerst hören sie ein Rascheln im Baum. Dann sehen sie eine Gestalt, einen fliegenden Mann, der direkt über ihnen durch die Luft segelte. Der nächste Abend, 13. November 1966, Salem, West Virginia, 145 Kilometer von Point Pleasant. Merle Partridge schaut gerade fern, als er von draußen ein lautes Geräusch hört. Es war ungefähr 23 Uhr. Er und seine Familie saßen vor dem Fernseher. Sie hatten zu der Zeit einen deutschen Schäferhund namens Bandit. Auf einmal kamen aus dem Fernseher laute Geräusche. Der Fernseher fing plötzlich an, einen unglaublich hohen Ton von sich zu geben, wie die alten Armeegeneratoren mit der Handkurbel. Ich dachte, was um alles in der Welt ist denn jetzt los? Und dann zerplatzt der Fernseher. Erst geht der Fernseher kaputt, dann beginnen andere elektrische Geräte verrückt zu spielen. Plötzlich hört Merle seinen Hund draußen heftig bellen. Ich dachte sofort, hier stimmt was nicht. Ich nahm also mein Gewehr, das bei der Tür stand, und ging raus auf die Veranda. Der Hund raste auf unsere kleine Scheune zu, und ich brüllte, Bandit, komm zurück! Aber er ignorierte mich und rannte immer wieder um die Scheune rum. Ich war fassungslos und verstand nicht, was los war. Als er die Tür öffnet und rausschaut, behauptet er, rote, kreisende, aufblitzende Lichter gesehen zu haben. Die Lichter kamen in Intervallen und sahen so aus, als würden sie rotieren. Aber eigentlich waren es eher flackernde Blitze. Das war definitiv kein Flugzeug. Ich war drei Jahre lang bei der Luftwaffe. Ich kenne mich damit aus. Dann ganz plötzlich waren die Lichter weg, und mit ihnen der Hund. Zwei Tage später, 15. November 1966. Es ist 23 Uhr. Die Ehepaare Roger und Linda Scarberry und Steve und Mary Mallett fahren auf einer einsamen Straße an der TNT-Fabrik vorbei. Plötzlich taucht etwas im Scheinwerferlicht auf. Als sie um eine Kurve fuhren, meinte Linda, einen Mann auf der Straße zu sehen. Beim Näherkommen sahen sie, dass er völlig grau war und riesige Flügel und glühend rote Augen hatte. Linda sagte, dass er fast wie ein Engel aussah. Rote Augen. Riesige rote Augen. Irgendwie hypnotisierende rote Augen. Linda Scarberry sagt immer, dass sie nicht mehr im Dunkeln aus dem Fenster schauen kann, ohne Angst zu haben, wieder diese roten Augen zu sehen. Es ist ein ungeheuer großer Vogel, mit grauen Federn und riesigen Flügeln. Er hat breite Schultern und ein faltiges Gesicht wie ein Mensch, mit diesen hässlichen, riesigen Augen, roten Augen. Man erzählte, er habe diese großen Flügel, ähnlich wie ein Engel, aber einen menschlichen Körper. Bei seinem Anblick packte sie die Angst und dann rasten sie mit über 150 Sachen über die Bundesstraße, raus aus dem TNT-Gelände. Und die ganze Zeit jagte dieses Ding hinter ihnen her. Während sie den Highway runterrasten und von dieser Bestie oder diesem geflügelten Ding verfolgt werden, sieht der Fahrer plötzlich einen toten Hund am Straßenrand. Das war bedeutsam, weil eine Menge Leute dachten, dass es vielleicht Mölls toter Schäferhund war. Ich bin fest davon überzeugt, dass es mein Hund war. Er war gut erzogen. Normalerweise ist er sofort gekommen, wenn man ihn gerufen hat. Als sie die Stadt erreichten, drehte die Kreatur ab. Die zwei Paare gingen sofort zur Polizei. Als sie auf die Wache kamen, erzählten sie Mothman gesehen zu haben. Die Polizei schien ihnen zu glauben, weil sie wirklich erschrocken wird. Sofort wurden die vier Zeugen in getrennte Räume gebracht. Die Polizisten verhörten jeden einzeln. Und jeder dieser Zeugen beschrieb haargenau das Gleiche. Da wurde dem Polizisten klar, das ist kein Scherz. Das haben die sich nicht ausgedacht. Egal ob ihre Geschichte stimmte, ihre Angst war so echt, dass die Polizisten mit ihnen raus zum TNT-Gelände fuhren. Einige Polizeibeamte sollten sich um die Paare kümmern und alles untersuchen. Außerhalb der Stadt, an der Stelle, wo der Hund gelegen hatte, hielten sie an. Doch der Hund war weg. Sie hatten die Gestalt noch einmal gesehen. Dort, wo der Hund gelegen hatte. Die Polizisten beschlossen, zum nördlichen Teil der alten Fabrik zu fahren. Auf dem Weg zur Sprengstofffabrik hörte einer der Polizisten ein Rauschen in seinem Funkgerät. Aber er hatte keine Erklärung dafür. Während ihrer Ermittlungen dort gab es immer wieder Störungen bei den Funksignalen. Es wurde berichtet, dass es ähnliche Störungen waren wie bei Merts Fernseher in der Nacht, als Bandit verschwand. In den folgenden Wochen wurde der Dämon mit den großen Flügeln und den roten Augen nun immer öfter in Point Pleasant gesichtet. Es hatte eine Nase, aber ohne Nasenspitze. Sie war rund, mit Nasenlöchern vorne. Ich kann mich nicht an einen Mund erinnern, denn sobald man die Augen sah, schaute man nur noch dahin. Bald bekam die mysteriöse Gestalt einen Namen. Mothman. Neun Tage nachdem die Scarboroughs und die Mallets ihre Geschichte erzählt hatten, wie sie von einem geflügelten Wesen verfolgt worden waren, sahen zwei weitere Erwachsene und zwei Kinder das unheimliche fliegende Wesen am TNT-Gelände. Bald war Mothman über hundertmal gesehen worden. In ganz Point Pleasant beschrieben Zeugen die gleiche Kreatur, ein über zwei Meter großes Wesen mit drei Meter breiten Flügeln, die entsetzliche Schreie ausstieß, Autos verfolgte und kleine Tiere fraß. Viele konnten nicht mehr schlafen. Ständig verfolgten sie die roten Augen oder die furchterregenden Schreie. Viele Augenzeugen lebten in ständiger Angst, dass die Erscheinung sie erneut heimsucht. Am 16. November 1966 berichten Roger und Linda Scarborough zusammen mit Steve und Mary Mallet auf einer Pressekonferenz von ihrem traumatischen Erlebnis. Zur gleichen Zeit besucht Marcella Bennett einen Freund, der in der Nähe des TNT-Geländes lebt. Während sie die einsame Straße entlangfährt, sieht sie ein sich langsam bewegendes, flackerndes, rotes Licht über der TNT-Fabrik. Als sie beim Haus ihres Freundes ankommt, wecken die Fahrzeuggeräusche anscheinend eine schlafende Kreatur. Sie hatte offenbar etwas aufgeweckt. Erst dachte sie, dass es ein Tier wäre, doch dann sah sie die roten Augen. Im ersten Moment glaubte Marcella, da stünde ein Mann in khaki-farbener Kleidung. Dann fielen ihr die Füße und die groben grauen Federn auf. Nachdem sie aus dem Auto ausgestiegen war, sah sie, wie sich im Garten eine riesige Gestalt erhob. Ob sie ihr Baby fallen ließ oder selbst stürzte und auf das Baby drauf fiel, ist wohl unklar. Sie sah, wie das Wesen auf sie zukam, stieg aus und ließ in völliger Angst ihre kleine Tochter Tina fallen. Später erzählte sie in Interviews, es sei ihr bewusst gewesen, dass sie das Baby fallen gelassen hatte, dass sie auf dem Baby lag und dass das Kind wahrscheinlich tot war. Aber sie war so starr vor Angst, dass sie sich minutenlang nicht rühren konnte. Sie hob ihr Kind auf und rannte ins Haus. Aber damit war die Geschichte noch nicht vorbei. Mothman war auf die Veranda gehuscht und starrte in die Fenster. Sie verriegelten die Türen und Fenster. Dabei stand die ganze Zeit diese Kreatur auf der Veranda und schaute ihnen durch das Fenster zu. Die Gestalt war nicht aggressiv, eher neugierig und hartnäckig. Für mich eine der wichtigsten Mothman-Erscheinungen, weil es so lange dauerte. Allen Schilderungen von Mothman ist eines gemeinsam. Die glühend roten Augen. Sie sind das Merkmal, das am häufigsten beschrieben wird. Sie sind tiefrot, sie glühen und sie sind hypnotisierend. Die meisten Augenzeugen beschreiben die Augen als glühend rot, mit einem hypnotischen Blick, der einen fast in Trance versetzte. Hier leben anständige, ehrliche Leute, die ich seit Jahren kenne. Und plötzlich behaupten sie alle, diese Kreatur gesehen zu haben, mit ihren riesigen Augen. Verschiedene Leute erzählten ihr plötzlich, dass sie eine Gestalt mit großen, roten Augen gesehen hatten. Es war kein Tier, da waren sie sich ganz sicher. Weil die Augen nämlich nicht reflektierten, sondern glühten. Interessant. Es gibt keinen einzigen Augenzeugen, der Flügelschlagen erwähnt. Alle berichten nur davon, dass die Gestalt ihre Flügel öffnete und in die Höhe stieg. Klingt fast schon nach einem Engel. Nachdem wir rechts auf diese Schotterstraße abgebogen waren, sah ich plötzlich etwas, das neben dem Auto herrannte. Ich dachte, ich hätte Halluzinationen. Ich schaute dieses Ding an, dann meinen Bruder und fragte, hast du das auch gesehen? Während der nächsten drei Monate erzählten über 100 Leute immer wieder solche Geschichten. Viele begannen sich zu fragen, was da wohl im Nordturm der Fabrik haust und das TNT-Gelände unsicher macht. Alle hatten Angst, besonders nachts. Auf keinen Fall wollte man da mit einem leeren Tank liegen bleiben. Es gab so viele Sichtungen von Mothman, offizielle und inoffizielle. Deshalb gibt es keine konkreten Zahlen. Auf jeden Fall geht es in die Hunderte. Viele dachten sich, das kann ich doch nicht erzählen. Was soll ich den Leuten sagen? Und dann kamen die ersten Berichte. Zunächst nur spärlich, doch dann brach eine wahre Flut an Berichten über uns herein. Entscheidend ist die Tatsache, dass die meisten Augenzeugen angesehene Leute mit gutem Ruf waren. Also keine Horde von Trunkenbolden, die behaupteten, eine Kreatur gesehen zu haben. Das war kein Zufall. Es gab da irgendeine Verbindung durch die Menschheitsgeschichte. Schon Höhlenmenschen haben Mothman an die Wand gemalt, obwohl man es zunächst als etwas anderes interpretierte oder als ein Symbol für etwas anderes. Doch jeder, der eine religiöse Erscheinung hat, erzählt von einem etwas mit Flügeln. Es sprang auf, schwebte kurz über den Hecken und breitete plötzlich seine Flügel aus. Da habe ich erstmals seine Flügel gesehen und dann verschwand es im Dunkel der Nacht. Mothman wurde oft auf Dächern und den Scheunen gesehen. Regelmäßig zog er seine Kreise über der kleinen Stadt. Sein Zuhause schien die Sprengstofffabrik und das Gelände dort zu sein. Neugierige fuhren in Scharen zur alten Fabrik, in der Hoffnung, einen kurzen Blick auf die Kreatur zu erhaschen. Allerdings gab es auch andere. Sie wollten der Angst und Panik mit Waffengewalt ein Ende bereiten. Jeder wollte ihn sehen, diesen zwei Meter großen Vogel, der auf dem TNT-Gelände Autos verfolgte. Statt ins Kino gingen die Stadtbewohner Freitagabends zur Fabrik. Sie hofften auf Live-Unterhaltung in Gestalt von Mothman. Gerüchte machten die Runde. Die Menschen erzählten von einem Dämon, der hier lebte und der weder verschwinden wollte, noch einzufangen war. Und augenblicklich war der Fluch von Häuptling Cornstalk wieder in aller Munde. Man stritt darüber, ob die Kreatur Freund oder Feind, ein Engel oder der Teufel sei. Viele Augenzeugen sagten, dass sie die Begegnung fast als spirituellen Moment empfanden. Es war für sie nicht greifbar, fast schon irreal. Anfangs dachten viele, das Ende der Welt wäre nah. Es passierten so viele seltsame Sachen mit immer schlimmeren Folgen. Die Situation uferte regelrecht aus. Obwohl viele Augenzeugen die Kreatur nicht als bedrohlich beschrieben, berichteten die meisten, dass der Schock erst im Nachhinein eintrat. Die Erinnerung an die Begegnung war viel schlimmer als die unmittelbare Begegnung mit der Gestalt selbst. Die Betroffenen hatten ganz unterschiedliche Symptome, aber sie litten sehr stark unter der Begegnung. Sie konnten nicht schlafen, hatten Halluzinationen oder quälende Albträume. Die Augenzeugen waren extrem verstört. Sie litten an innerer Unruhe und Verfolgungswahn. Ständig hatten sie Angst, dass die Gestalt zurückkommen könnte. Viele Augenzeugen erlitten bei ihrer Begegnung mit dem geflügelten Wesen nicht nur psychische, sondern auch körperliche Blessuren. Nachdem sie in die hypnotisierenden Augen von Mothman geschaut hatten, schwollen ihre Augen an, wurden rot und vernarbt. Die Leute bekamen eine Bindehautentzündung in einem Ausmaß, wie man es sonst nur von Verstrahlungen kennt. Andere hatten im Dezember plötzlich Sonnenbrand. In West Virginia ist das Wetter bedingt eigentlich unmöglich. Viele hatten entzündete Augen, eine ganz heftige Bindehautentzündung. Aber das Schlimmste war für die Betroffenen die seelische Belastung. Die verbrannten Hautstellen, die seltsamen Wunden und die geschwollenen Augen machten den Leuten weitaus mehr Angst, als der Anblick von Mothman selbst. Als Jahre später die Verseuchung des TNT-Geländes bekannt wird, ziehen einige den Schluss, es könnte sich bei Mothman um einen durch Chemikalien genetisch veränderten Vogel gehandelt haben. Viele der Chemikalien, die sich im Boden und Wasser abgelagert hatten und die wir gefunden haben, können Mutationen auslösen. Und wir wissen noch nicht, mit welchen Auswirkungen wir rechnen müssen. Alles ist möglich. Vögel wären besonders betroffen. Körperliche Veränderungen bei ihnen sind im Bereich des Möglichen. Doch jene, die Mothman leibhaftig begegnet sind, überzeugen diese Argumente nicht. Für sie ist die Kreatur von Point Pleasant nur ein Mosaikstein in einem Puzzle vieler unerklärlicher Vorkommnisse an diesem Ort. Von 1966 bis 67 war Mothman nicht das einzig Außergewöhnliche, was am Himmel über Point Pleasant zu sehen war. Täglich wurde auch von unbekannten Flugobjekten am Himmel über der Stadt berichtet. Aus dem Nichts heraus gab es plötzlich diese Beobachtungen. Erst ein bis zwei pro Nacht, dann fünf bis zehn. Am Schluss waren es 20. Bei meiner Recherche habe ich festgestellt, dass es mehr Geschichten von Ufos als von Mothman gab. Über Mothman wurde zwar mehr geredet, aber die Ufo-Aktivitäten waren in jenem Jahr viel häufiger als das Erscheinen dieser Kreaturen. Während der Mothman-Sichtungen 1966, 67 tauchten die Ufos auf. Leute erzählten, sie hätten sie sogar tagsüber gesehen. Ich schaute nach oben, hörte nichts, aber ich sah so eine Art metallisches Fahrzeug, das sich sehr schnell fortbewegte. Plötzlich stoppte es und schwebte für eine Weile auf der Stelle. Dann flog es weiter und das alles am helllichten Tag. Immer häufiger werden Flugobjekte gesichtet. Vor allem über der alten Sprengstofffabrik und dem Fluss. Die Gegend um Point Pleasant ist ein Schwerpunkt der Energie- und Stromerzeugung. Es gibt eine signifikante Anzahl von Sichtungen, nicht nur über Kraftwerken, sondern auch über Hochspannungsleitungen. Beim Anblick der Ufos hatte man ein seltsames Gefühl. Fast so, als würde man jemanden bei der Arbeit stören. Eine Frau sah ein Raumschiff über der Schule schweben und davor flog eine Gestalt, die so aussah, als würde sie gerade Pause machen. Viele berichteten von bunten, sich drehenden Lichtern am Himmel und von metallisch aussehenden Raumschiffen, die tagsüber über die Häuser flogen. Ich glaube, viele Leute dachten damals, es wäre der Beginn einer Invasion. Diese Ufos mussten aus einem bestimmten Grund hier sein. Viele dachten, dass die Mothman-Sichtungen in direkter Beziehung zu dem Auftauchen dieser seltsamen Lichter, dieser Ufo-Sichtungen standen. Tatsächlich schien alles zusammenzuhängen. Es passierte ja alles kurz nacheinander. Das Auftauchen von Mothman war so etwas wie der Höhepunkt, wie der letzte Akt. Die Leute erfuhren vom Mothman und dann tauchten die Lichter auf. Aber niemand konnte sich einen Reim darauf machen. Seltsame Lichter tauchten dicht über den Häusern auf, setzten Fernseher außer Betrieb, störten Telefonleitungen und stoppten sogar fahrende Autos. Flugzeuge versuchten sie zu verfolgen. Polizeibeamte, Bürger und selbst Mitglieder der Nationalgarde und des Zivilschutzes berichteten von nicht identifizierbaren Objekten am Himmel. Diese Leute haben etwas gesehen. Sie lügen nicht. Das sind keine Menschen, die lügen. Bei so vielen Augenzeugenberichten muss ich davon ausgehen, dass da etwas Merkwürdiges vor sich ging. Einige berichteten, dass zur selben Zeit, als Mothman und die Ufos hier in Point Pleasant auftauchten, seltsame Männer in der Stadt waren, ganz in Schwarz gekleidet, mit schwarzen Hüten und dunklen Sonnenbrillen. Keiner wusste, waren es Regierungsagenten oder waren sie vom CIA oder vom FBI. Einige hielten sie verboten aus einer anderen Welt. Einige Augenzeugen erzählen, dass sie kurz nach ihren Ufo-Sichtungen oder ihrer Begegnung mit Mothman von diesen Männern Besuch bekamen. Diese Männer in Schwarz kamen an die Haustür und forderten die Leute auf, nicht mehr über Mothman zu sprechen. Und im nächsten Augenblick waren sie wieder verschwunden. Die Männer in Schwarz arbeiteten sehr zielgerichtet. Sie suchten nur Leute auf, die Mothman oder Ufos gesehen hatten. Sie versuchten, sie einzuschüchtern und machten ihnen Angst, damit keiner etwas erzählte. Ihr rüdes und einschüchterndes Verhalten verstörte die Menschen. Immer wieder wollten sie genau wissen, was die Leute gesehen hatten. Gleichzeitig befahlen sie den Einwohnern, nicht mit Freunden oder der Presse über ihre Erlebnisse zu sprechen. Sie begannen, den Leuten ganz subtil zu drohen und sagten den Augenzeugen, es sei besser für sie, nicht mehr diese Geschichten zu erzählen. Seltsamerweise kamen sie immer mit älteren Autos aus den 40er und 50er Jahren, aber die sahen aus wie neu. Ein paar Mal versuchten diese Männer sogar, Augenzeugen in ihre Wagen zu zerren, für die Betroffenen sehr beängstigend. Diese Männer stellten viele Fragen, wollten wissen, was mit Mothman und den Ufos ist. Das machte die Leute hier in Point Pleasant sehr nervös. Die Männer verhielten sich sehr seltsam. Es schien, als ob sie nicht wüssten, wie man zum Beispiel mit einem Kugelschreiber oder Haushaltsgegenständen umgeht. Sie schienen keine allzu großen Englischkenntnisse zu haben. Einfache Dinge wie Kugelschreiber oder Wackelpudding waren ihnen völlig fremd. Man hatte den Eindruck, dass sie weder an diesen Ort noch in diese Zeit gehörten. Der Abend des 15. Dezember 1967 war sehr kühl und nass. In der Vorweihnachtszeit war die Innenstadt völlig überfüllt. Und die Hauptverkehrsstraße von Point Pleasant nach Gallipolis in Ohio war die Silver Bridge. Es war Feierabendverkehr. Die Leute machten Einkäufe für die Festtage. Auf der Brücke nach Gallipolis war ungewöhnlich viel los. In beiden Fahrtrichtungen. Die Brücke war mit Autos vollgestopft. Die Spur nach Ohio war komplett dicht. Es gab einen Riesenstau. In der Stadt gab es nur eine Ampel für die Verkehrsführung zur Brücke. Und ausgerechnet an dem Tag war sie ausgefallen. Die Brücke war ungewöhnlich voll. Die Leute standen auf beiden Seiten Stoßstange an Stoßstange. Normalerweise verhinderte die Ampel solche Staus. Ich war bei der Arbeit im Sägewerk, das ganz in der Nähe der Brücke lag. Kurz vor Feierabend hörten wir plötzlich ein lautes Rattern und Donnern. Und dann fiel der Strom aus. Ich war gerade dabei, die Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen. Als die Frau meines Cousins angerannt kam und rief, die Silver Bridge ist eingestürzt. Ich sagte, mach keine Witze. Darauf sie, nein, John, die Brücke ist weg und niemand weiß, wie viele Menschen darauf fahren. Der Käpt'n vom Schlepper funkte uns an. Die Brücke ist gerade eingestürzt. Wir fragten, welche Brücke denn? Er antwortete, die Silver Bridge. Wir konnten es gar nicht glauben. Viele Einwohner und Ermittler sind überzeugt davon, dass die Männer in Schwarz, die Mothman-Sichtungen, die Ufos und der Brückeneinsturz irgendwie zusammenhängen. Als Mothman begann, sein Unwesen zu treiben, sagten sich viele Menschen hier, sind wir verflucht oder werde ich verrückt? Und alle fragten, mein Gott, was passiert als nächstes? Und was das war, ist bekannt. Die Silver Bridge. Die Menschen hier glauben ganz fest, dass drei Ereignisse zusammenhängen. Cornstalk, Mothman und der Brückeneinsturz. Eins führte zum anderen, die Ufos zum Mothman, Mothman zum Einsturz der Silver Bridge und vielleicht geht alles auf den Fluch von Cornstalk zurück. Nachdem die Brücke eingestürzt war, redeten alle wieder von Cornstalk und Mothman. Viele dachten, es wäre Cornstalks Fluch. Es gab auch Leute, die behaupteten, sie hätten am Tag des Unglücks Mothman auf der Brücke gesehen. Ein paar Leute behaupten, Mothman habe auf der Brücke gekauert. Andere, er sei unter ihr hindurchgeflogen. Und wieder andere behaupteten, sie hätten zwei Tage vor dem Einsturz Männer auf der Brücke gesehen, die wie Regierungsbeamte aussahen. Die Menschen von Point Pleasant versuchten, die Tragödie irgendwie zu verarbeiten. Dabei spaltet sich die Stadt in zwei Lager. Die einen waren überzeugt, Mothman sei aufgetaucht, um die Bewohner vor dem drohenden Einsturz der Silver Bridge zu warnen. Die anderen glaubten, Mothman habe den Einsturz verursacht. Nach dem Brückeneinsturz hörten alle rätselhaften Erscheinungen in Point Pleasant so plötzlich auf, wie sie begonnen hatten. Mothman, die UFOs, die Männer in Schwarz, alle waren sie verschwunden. Für viele ein Beweis dafür, dass da ein Zusammenhang sein musste. Es gibt genügend Beweise für die Vorfälle. Und ich bin erstaunt, dass man nach 40 Jahren immer noch zweifelt. Die Fakten sprechen für sich und es gab nichts, was sie widerlegt. Wir müssen uns auf das Was und Warum konzentrieren und aufhören zu überlegen, ob das alles wirklich wahr ist oder nicht. Meiner Meinung nach wird die Mothman-Geschichte nie wirklich aufgekehrt werden. Point Pleasant stand damals plötzlich im Fokus der Aufmerksamkeit. Selbst heute suchen hier immer noch Menschen nach Mothman. Es gibt hunderte von Berichten, die die Existenz von Mothman, der UFOs und anderer paranormalen Erscheinungen in Point Pleasant glaubhaft erscheinen lassen. Zahlreiche plausible Erklärungen und Theorien für diese Phänomene wurden gesucht und gefunden. Aber die Wahrheit ist nicht nur eine Frage von Fakten, Beteuerungen und Augenzeugenberichten. Um eine Geschichte tatsächlich begreifen zu können, muss man manchmal weit über den Tellerrand des Gewöhnlichen blicken. Allzu oft wird vergessen, sich auf den gesunden Menschenverstand zu verlassen. Aber genau hier könnte der Schlüssel zur Wahrheit dieser Geschichte liegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017